Einen schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Einspieler dieser Boosters gegen ERC Red Bull München. Du bist die beiden Trainer der Teams, zu meiner Rechten John Jackson von Red Bull München und zu meiner Linken Jason O'Leary von den Roosters. Wie immer das erste Statement des Gäste-Traineres, Mr. Jackson, ist der Geben Abend. Guten Abend zu zahmend, mit guter Instukation und Medtapher, sehr gut vorbereitet und ganz heiße weiter. Um, wenn wir Kennecht Toshis, ist es sehr möglich zu gewinnen. Und, uh, Es gab zwei heiße Torhüter und das Spiel war sehr hinten her und sehr intensiv. Istanbul hat einen sehr guten Zweig gekämpft und ich wünsche das nächste Spiel. Willkommen an alle. Ich bin sehr froh für die Jungs heute. Die haben sehr gut gekämpft. Die Leistung war unglaublich. Ich glaube mit dem jungen Jonas Neffen im Tor. Für ihn ist das erste Spiel zu Hause, vor allem gegen eine top Mannschaft wie München. Das ist ein Traum. Ich bin sehr froh für ihn. Das erste Spiel für ihn war das schwierigste. Ich glaube, dass alle für ihn gekämpft haben. Das war hin und her, viele Chancen um die beiden Seiten. Die haben viele Schüsse gehabt von draußen, aber die beiden Mannschaften haben gekämpft. Und unsere Mannschaft hat alles gemacht, um diesen Sieg zu verdienen. Und ja, es ist immer schwierig. Ich weiß, für München, wie die hier kommt, es sein. So wie ein Kollege sagt, es ist die eine Maschine. Die sind so stark und haben viele Verhalten. Und manchmal ist es nicht so einfach gegen uns zu spielen. Wir haben die Fans hinter uns. Das war sehr wichtig. Die Leistung und die Kampfgeister für uns waren. Die nicht so hoch dieses Jahr. Das war unglaublich. Und ich bin froh für die Jungs, die haben das verdient heute Abend. Und ich bin stolz auf die Jungs. Danke, Jason. Gibt es Fragen an den Coach der Roosters? Würdest du sagen, dass es das bislang beste Spiel von euch war in der der laufenden Saison? Die Frage danach, kurz und knapp, ob es das bisher beste Spiel der Saison war aus Jasons Sicht? Ja, vielleicht ein Bounce in eine andere Richtung. Das könnte ein Dreipunkt für die Mannschaft in München sein. Aber die Leistung war so hoch und das Kampfleistung. Und wir haben das nicht gesehen seit ein paar Wochen, glaube ich. Also, weil die wollen das so viel für Jonas. Und vielleicht manchmal ist es die richtige Zeit. Einfach eine, ja, das braucht einen Moment in den Meisterschaften in der Saison, wo man sagt, jetzt haben wir das, vielleicht eine Entdeckung machte, you know, you hit the right turn. Und heute war es eine schwierige Länge. Es war eine schwierige Länge. Wir hatten nicht alle die Spieler dabei gehabt. Vielleicht wie München. Vielleicht nicht alle in den Toren. Und dann plötzlich haben die Spieler gesagt, okay jetzt muss ich einfach alles machen. Und manchmal brauchst du dich Schlag im Arsch um dich zu spielen. Und das haben wir heute genommen. Wie froh bist du auch für dich selbst, dass die Mannschaft jetzt so eine Reaktion gezeigt hat? auch nach den letztwöchigen Spielen, das letzte Wochenende, dass es doch auch in die andere Richtung gehen kann, wenn irgendwo ein neuer, frischer Impuls kommt. Ich frage danach, wie froh Jason ist, dass die Mannschaft diese Leistung gezeigt hat und einen Impuls in die richtige Richtung gesendet hat. Ich würde auch sagen, dass es viele gute Sachen, viele gute kleine Impulse gehabt sind seit den letzten paar Wochen. Es ist einfach, das alles zusammenzubringen. Es ist nicht einfach. Wenn du hast so wenig Selbstvertrauen, wenig Geduld, muss ich alles machen im gleichen Moment. Und das ist nicht möglich. Und ich glaube, dass heute hat alles geklappt für uns. Und das brauchst du manchmal. Ein bisschen Glück. Ein bisschen Hockey Guards. Und für heute waren die auf unserer Seite nicht als Sex für München. Und das braucht man manchmal. Wir haben das nicht so oft gehabt dieses Jahr. Und das ist schwierig für die Jungs, die sind so enttäuscht. Die wollen alles machen, alles kämpfen. Die hören von überall. Ja, du musst das und das und das machen. Und die haben das probiert. Und plötzlich haben keine Sachen verdient. Und heute haben sie das verdient. Auch mit einer guten Leistung. Gute Sachen gemacht. Und ja, Frauen, die dich ankreisen. Das ist so hoch. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bleibt mir noch die Ergebnisse des heutigen Spieltages vorzulesen. Bereits am Mittwoch. Gefeld gegen Pinguin, äh gegen Pinguins, Brünerhafen, Entschuldigung, 2 zu 3. Am Donnerstag Berlin gegen Düsseldorf, 3 zu 1. Und heute Mannheim gegen Schwedding, 3 zu 0. Ingolstadt gegen Nürnberg, 3 zu 4. Augsburg gegen Köln, 5 zu 1. Und Straubing gegen Wolfsburg, 5 zu 3. Das nächste Heimspiel unserer Augustas findet bereits am kommenden Dienstag statt. Im Gegenteil Kölner Haie hier statt. Und um 19.30 Uhr geht's los. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche noch einen schönen Abend unseren Gästen. Eine gute Heimreise. Have a safe trip home. Thank you very much. Thank you.